hallo und herzlich willkommen zurück zu aquaristik ja in der letzten folge habe ich ja gesagt ich melde mich noch mal wenn ich was neues habe und ich habe gedacht okay ich bin mit einem fertig ich habe noch so viel zeit ich gehe noch mal ins zweite gebäude rein da bin ich jetzt und ich habe mehrere sachen gesehen zum einen kann man hier eine perlenausstellung freischalten belohnungen sie haben die perlenausstellung freigeschaltet sie können perlen produzierende muscheln kaufen und sie mit einem brecheisen öffnen muss man echt brecheisen haben bei muscheln mit farbe können sie muscheln färben um perlen einer bestimmten farbe herzustellen verdiente perlen können verkauft werden oder zur dekoration des raumes verwendet werden jede dekoration erhöht ihre ausstellungseinnahmen aha und lässt den ort noch hübscher aussehen okay also ich habe hier auf jeden fall regelmäßige einnahmen ich muss also am besten jeden tag mal hier vorbeikommen und ich muss viel dekoration hinstellen das ist wichtig gut sie brauchen eine perle um es dort platzieren ja gut ich habe jetzt keine was mir aber aufgefallen ist man kann die doch nicht anklicken schade man kann sie auch nicht kaufen ja ich dachte jetzt vielleicht kann man hier die auch noch freischalten aber das ist nicht der fall ich gucke noch mal eben ob hier hinten noch irgendwas anderes gewesen ist aber ich glaube da war jetzt nichts mehr was ich so freischalten kann so auf den ersten blick da ist jetzt die eine sache gewesen aber ich habe noch was anderes gesehen und zwar neuer auftrag von einem kunden neuer auftrag von einem kunden ich kontaktiere sie wegen meines fernsehstudios ich möchte sein aussehen ändern und etwas erstaunliches tun dass die popularität meiner programma erhöht ich wollte zwei aquarien haben eins davon ganz besonders eins davon ganz besonders okay ich mag selten gefärbte seefische oha und möchte solche aquarien bauen ich erzähle ihnen alles vor ort werden sie kommen und sich um den job kümmern aber natürlich kommen wir das sieht ja cool aus danke dass sie in mein fernsehstudio gekommen sind wie ich geschrieben habe brauche ich hilfe ich hätte gerne etwas das die zuschauer schockiert nimmt noch die piranjas also kam ich auf die idee ein unterwasserarrangement mit tv akzenten zu machen ich habe leider keine ahnung von aquaristik aber letztlich bist du dafür da ich möchte den tisch in ein aquarium umbauen und einen riesigen wasserfernseher einbauen wasserfernseher ach so ja die meint der meint jetzt das als aquarium dafür werde ich sie bezahlen wenn sie alle arbeiten erledigt haben hört sich gut an hört sich schlecht an ich muss wieder alles selber kaufen äh den tisch ja welchen tisch denn hier sind so viele tische zerstöre den tisch auf dem die nachrichten präsentiert werden oder soll ich wissen wo die nachrichten präsentiert werden also ich hole mir erstmal einen hammer raus damit ich hier die ganze bude erstmal abreißen kann und dann brecheisen ja müssen wir noch kaufen dann für das andere geschäft also sieht das nach nachrichten aus anscheinend nicht da stand das studiozeichen drin ich bin automatisch davon ausgegangen dass das die nachrichten sind ach oder ist das das hier ja 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 das 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 sieht gut aus beziehungsweise richtig aus wir zerstören erstmal die ganzen mikrofone und die ganzen tassen die hier rumstehen oh die armen die haben am ende gar nichts mehr womit sie dann drehen können ich komme so ein bisschen vor ja gut wenn es die gleichen anbieter sind so habe ich zumindest verstanden weil die ja ständig schleichwerbung machen dann kann ich ja noch nachvollziehen weil diese ganzen anderen simulationen leben natürlich unter anderem auch davon dass dinge zerstört werden das kann ich nur machen da muss ich das wahrscheinlich als erstes machen ja ja das ist immer das gleiche schema f zum beispiel bei dem schrott händler wobei der ein bisschen komisch gewesen ist deswegen habe ich den dann auch nicht mehr weiter aufgenommen so für 100 einmal kaufen zumindest ist es jetzt nicht so total überteuert schütte erde ins aquarium lass ein mandarinen fische zwei mandarinen fisch und kupferband falter mandarinen fische und kupferband falter das sind die hier also brauche ich sie ja das ist der zweite brauche ich dann also seewasser ich denke auch dass sie ziemlich groß sind wo sind die teuer deswegen auch nur zwei ich habe es verstanden okay erde 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 sack mit erde was ist was bist du denn für ich habe ich noch nicht gesehen oder das ja wobei das wahrscheinlich fürs studio besser aussehen würde kaufen wir mal hier von 1 das sieht jetzt hier aber irgendwie ganz anders aus als es eben aussah naja mal gucken wie es dann letztendlich hier im studio aussieht ich meine im endeffekt kann man jede untergrundfarbe sage ich jetzt mal einfach nutzen weil man ja auch viel machen kann mit grün und so weiter deswegen okay euch kümmer jetzt erstmal hier ablegen so wasser genau dann brauchen wir erstmal ein eimer ich klicke immer als erstes aufs falsche ich weiß auch nicht genau warum haben wir hier auch noch einen wasseranschluss ne ich muss den kompletten weg jetzt hier fünfmal hin und her laufen na gut ich meine es ist ein studio klar dass sie nicht überall wasser stehen haben ne von wegen elektronik und so hallo hä was war das denn jetzt hatte ich da schon wasser drin das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt ich habe jetzt gerade kurz woanders hingeguckt und auf einmal hat er das wasser ausgekippt anstatt es aufzufüllen und ich bin jetzt verwirrt gewesen na gut also wir müssen ich weiß nicht genau aber ich glaube fünfmal hin und her laufen sieht schon ganz geil aus ne wenn da jetzt nur eine platte drauf ist nur das problem ist halt wenn man eine platte drauf macht ist das so schön aber man sieht halt nichts mehr bei der aufnahme könnte man es noch sehen je nachdem wie tief man die aufnahme hat da das aber ein fernsehstudio ist gehe ich mal stark davon aus dass die die aufnahme am oberkörper beenden also dass man die beine nicht mit drauf hat dementsprechend vermute ich dann einfach mal dass man die fische auch nicht mehr sieht aber gut ich meine ich mache mir da keine gedanken drum ich arbeite hier einfach nur mache einfach nur das was man mir sagt so noch mehr wasser ist doch schon so hoch aber der zeigt mir immer noch an dass ich noch mehr rein machen soll normalerweise ist das doch immer so dass oben noch so ein gewisser rand frei ist so wie jetzt so thermometer heizung filter das üblich ja ich wollte gerade noch sagen da das ein studio ist nehme ich dann hier die schickeren teile so wir haben nur eine heizung aber thermometer kümmert das nehmen also das ist ja im prinzip egal behaupte ich jetzt mal so das klemmt er sich hier mal dran wollen wir hier hin und dahin so dann haben wir den an da müssen wir jetzt natürlich noch eben herausfinden vierundzwanzig bis achtundzwanzig und der hat ja gut können wir so fünfundzwanzig machen würde ich sagen leben wir natürlich wieder alle am maximum hier wie ist nicht unter wasser wieso ist der nicht unter wasser der war doch gerade unter wasser so auf ein neues aber jetzt wo die das sagen das sieht mir jedoch ziemlich hoch aus auch mit dem thermometer ok lasse ein kupferbandfalter schütte meeres salz ins aquarium das geben die mir als letztes an obwohl es das wichtigste ist weil ohne das können die fische nicht überleben das ist richtig richtig geil also das habt ihr wirklich clever gemacht lege ein paar korallen und so weiter rein das ist ja alles okay also wir machen erst mal sechs kupferbandfalterfische und zwei mandarinen fische und sechs von denen das kostet tausend wollt ihr nicht denn wo sind die anderen jetzt hin und dann leute hä ach hier moment einmal einmal weitwurf und zack da ist übrigens auch das ding zum speichern habe ich gerade gesehen so dann lege ein paar wasserpflanzen ein die müssen dann rum 25 grad sein und für süßwasser was hätten wir dann da ja das passt doch eins zwei drei besteht ein paar deswegen weiß ich jetzt nicht wie viele wir jetzt hier reinmachen müssen oder sollen mal gucken hier pflanzen sind soweit okay wobei die anderen brauchen etwas mehr pflanzen oh das wird das wird heftig dekoration brauchen die mehr und die brauchen höheren ph wert so ich dachte gerade er wirft es jetzt rein ich hätte schon fast die krise bekommen ja okay ph wert bei beiden noch was höher ja der kommt bald ran so der ist ganz gut drin der ist auch ganz gut drin schmeißen wir das ding erstmal weg äh korallen wir müssen nein ich bin nicht gut drücken ich will hier hin wir müssen auf jeden fall noch korallen reinmachen dann würde ich sagen was würde ich denn sagen ich bin mir noch nicht sicher was ich sagen würde dass wir die da reinmachen so einmal das einmal das ich weiß nicht wie viel ich da reinmachen soll deswegen mache ich die mal alle ein bisschen größer so korallen habe ich drin da stand da nicht eben drei jetzt muss ich dreizehn der reinmachen ja super aber sonst haben die keine probleme noch zwei wasserpflanzen auf jeden fall reinsetzen die geht nicht oh hatte ich die rein getan miss die werden mir wegsterben den hatte ich glaube ich rein getan der geht auf jeden fall der geht auch ah das ist blöd die roten werden mir sowas von wegsterben zack so dann brauchen wir noch zehn korallen zehn korallen mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn damit wir jetzt erstmal achso ja zehn zehn brauchen wir ja auch nicht damit wir erstmal sondern die brauchen ja so das dann einmal hier rein kann ich nicht weiter weg machen dann halt nicht so die frage ist jetzt nur die müssen jetzt alle hier liegen ne so das sind noch vier stück ja das passt okay das 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 und das das so kaufen sie eine tischplatte die an die wand gelehnt wird um das aquarium zu schließen die sind soweit glücklich ich sehe gerade nicht viel ein bisschen mehr dekoration hätten wir machen können ja komm machen wir noch eine dekoration rein das das ist jetzt sehr groß hier ne ich will jetzt nicht zu viel hier rein machen das ist das problem was ist das denn eine bonsai wurzel das ist aber für eine normale äh dann machen wir noch irgendwas korallen mäßiges hier so rein eine muschel komm legen eine muschel da rein zack schmeiß rein so dann ist der ja passt dann wo ist die ach da hinten da ist der deckel zack äh und in der mitte ist das offen das ist natürlich immer geil wenn da elektronische geräte sind kaufen sie den großen fernseher den sie in ein aquarium umwandeln werden äh was achso der soll dann in die mitte oder was den großen fernseher wo kriege ich den denn jetzt her pfff großes aquarium habe ich aber kleines aquarium aquarium hä kaufen sie einen großen fernseher kaufen sie einen großen fernseher also kaufen heißt für mich normalerweise nur bei mir ich gucke hier einfach mal ein bisschen umher ne aber ich verstehe das jetzt gerade wirklich nicht warum ich ich mache mal eben vorsichtshalber eine kleine zwischenspeicherung oh oh oder meinen die das hier achso ach du scheiß ist das euer ernst geben sie erde in den fernseher ich dachte der soll jetzt da in die mitte drauf ei 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 jetzt nimm das ding auf komm ach du schande oh ich meine optisch sieht das sicher geil aus wenn es fertig ist aber sind wir mal ehrlich damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet weil ne das ist schon krass äh einen noch genau ich bin ja gerade so ein bisschen fasziniert davon wie das ganze aussieht ok gut ist natürlich dass schon mal thermometer und so weiter da drin ist klicken sie um in dem äh gießen sie mit hilfe des mechanismus auf der rückseite wasser in den fernseher also ich kann alles von vorne rein machen aber das wasser muss ich irgendwo hinten rein machen oder wie du musst die hände frei haben um das zu benutzen ok wasser ist bereits süßwasser achso kaufen sie tintenfische oh wie geil bringen sie sie in den fernseher und machen sie ihnen eine freude ach wie geil ist das denn moment ist auch die sachen hier sind eingestellt oder ne heizung ist nicht eingestellt oh da wäre mir jetzt fast drauf reingefallen aber hier hinten das scheint an zu sein die frage ist sind das jetzt auch wirklich filter ähm weil das ist ja eigentlich der einzige filter hier ne ich mach das mal lieber ich kann ihn gar nicht reinsetzen ja ist ja toll dass das glas berührt anscheinend haben die das extra so gemacht und anscheinend kann ich das so gar nicht machen wie ich das machen wollte hm schade 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 45 euro mal wieder für den arsch aber ok ähm zehnten fischer oh sehen die bunt aus ph wert da muss ich dann auch mal gucken ähm temperatur kann ich 25 machen das sollte kein problem sein sollte ich aber natürlich machen bevor die fische da reinkommen so warten wir jetzt hier mal ganz kurz weil wir wollen ja dass die tinten fische es auch wirklich gemütlich haben warten wir hier mal ganz kurz bis die temperatur soweit schon mal höher gegangen ist jetzt hört die hier bei 16 auf oder was jetzt geht es weiter ich wollte gerade sagen das ist mal das ist mal ein richtig richtig geiler job also ich glaube diese nebenaufgaben die machen so richtig bock das glaube ich ja na komm also wenn ihr so bei 23 seid dann kann ich schon mal rausgehen weil dann gewöhnen die sich ja schnell an die temperatur was sind das für ein zeichen hier eigentlich oder heißt das dass es passend für die fische fürs ziel bin mir grad nicht sicher naja ähm kaufen sie tintenfische ja wie viele das ist jetzt noch die frage noch zwei ich hab keine ahnung so was habt ihr jetzt für ein problem ach Leute ph-wert des wassers 7 okay das geht um ph-wert wahrscheinlich ph-booster äh den kann ich ach doch ich wollte grad sagen den kann ich ja gar nicht rein machen so ph-wert ist immer noch zu niedrig temperatur ist aber okay hallo das problem ist ich kann mir unten nicht anzeigen lassen was das für fehler hinweise sind ph-wert ist in ordnung machen wir trotzdem noch ein bisschen rein ja und wie gesagt also ich hätte da einen filter reingemacht weil ich glaube nicht dass da hinten die sachen dass das filter sind aber ich bin mir nicht sicher was das jetzt soll äh äh Vegetation und Dekoration und wir brauchen mehr Fische weil die gerade sterben oder äh sie sind gestorben glaube ich ist tot wegen falsche Wasserart wie falsche Wasserart hä haben die nicht gesagt dass das dass das äh Dingswasser ist Salzwasser wollt ihr mich jetzt veräppeln als ich das da rein gemacht hatte ich müsste jetzt tatsächlich nochmal nachgucken bei mir in der Aufnahme ähm haben die nicht gesagt dass das automatisch Salzwasser ist also Meereswasser kann ich das hier irgendwie wegschmeißen das geht mir auf den Senkel kann ich ihn natürlich nicht wegwerfen war ja klar ja toll ähm jetzt können wir die mega teuren Tiere hier nochmal kaufen kommt richtig gut kommt wirklich richtig gut jetzt so sonst ist soweit alles okay wir brauchen Pflanzen, Dekorationen und noch mehr Fisch so mal gucken der ist aber auf jeden Fall nach oben okay Pflanzen und Dekorationen brauchen wir dann haben wir 25 Grad haben wir drin ne Machen wir Machen wir die mal hier rein äh also okay ich sehe das hier irgendwie gar nicht so richtig und dann kommt dieses blöde Ding auch immer wieder dazwischen was ich natürlich nicht haben will so Pflanzen noch ein bisschen aber noch viele Dekorationen Pflanzen Pflanzen hier so zack 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 Dekorationen fehlen jetzt noch ähm kann ich hier eigentlich im Hintergrund so ein Bild rein machen das wäre natürlich cool ich probiere das einfach mal das von hinten an den Fernseher machen hm anscheinend doch ah das sieht aber eigentlich nicht schlecht aus so allerdings müsste man drei Sachen dann machen damit es auch richtig gut aussieht ich gebe jetzt hier mein ganzes Geld aus ah Gott ich hatte so schön viel gespart hier aber gut es soll ja auch richtig aussehen ne nein nein ach komm ach Leute das ist nicht euer Ernst wieso sagt man mir das dann nicht vorher ganz ehrlich ach Dekorationen Piratenschatz Nehmen wir den mal so wir können ihn ja leider nicht drehen also haben wir nicht viel von dem Piratenschatz objekt bearbeiten im Moment linke Maustaste haaa haaa wir haben was gelernt jaaa also die rechte Maustaste gedrückt halten und mit der linken Maustaste das Ganze ein bisschen weiter ziehen und dann funktioniert das sehr sehr geil endlich können wir die Sachen mal drehen oh Korallen ja doch die gehören unter Dekorationen was eigentlich komisch ist weil Korallen sind ja auch Lebewesen aber egal wir nehmen ganz viele davon das 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 schmeißen das mal alles hier rein ha 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 sooo und es wird umgeworfen egal 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 es ist drin zählt für mich als äh es hat funktioniert so dann gucken wir nochmal wie viel brauchen wir da noch ein bisschen ne ach noch einen Fisch mehr auf jeden Fall und einiges an Dekorationen mehr ok einen Fisch noch das habe ich natürlich den teuren gekauft war wieder sehr clever von mir so und einiges an Dekorationen noch mehr ich bin hier gleich pleite und habe immer noch nichts bekommen ähm kann ich für beides machen nehme ich mal an dann nehme ich die Vase die kann ich auch für beides machen ok sooo irgendwann kriege ich das noch hin das machen wir mal so ein bisschen sicher auf den Boden und die hauen wir einfach mal hier so da rein so plopp ja und sie ist umgefallen sehr schön das wollte ich nämlich damit erreichen noch ein bisschen Dekoration also wir tasten uns ran es kann sich nur noch um Stunden handeln meine Damen und Herren ach ja ähm ein Schiffswrack das sieht doch das sieht doch gut aus was war das hier das können wir oh das ist so teuer nehmen wir aber trotzdem mit ähm den können wir einmal umdrehen so 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 ich glaube das hängt auch damit zusammen wo ich das Ding festhalte oder ich bin mir nicht sicher so wir machen das mal so einigermaßen ja er ist stehen geblieben er ist stehen geblieben das ist gut den machen wir mal ganz groß ja weiß ich auch dass das berührt ist mir scheißegal so klatschen wir mal hier rein na endlich endlich sooo klicken sie auf dir vor um die anzuzeigen und jetzt soll ich jetzt irgendwas machen hallo hallo komm ich ja nicht mehr raus ganz toll ich kann zwar ein Screenshot machen aber ich komm nicht mehr raus ja ich kann weder Escape drücken noch linke oder rechte Maustaste es sieht schön aus ja ich kann auch ein Screenshot machen aber das äh war es dann mehr kann ich nicht machen oder muss ich jetzt hier erstmal eine Weile warten hallo ja was soll ich sagen vielen Dank Spiel ich bin begeistert ich weiß nicht wann ich das letzte Mal gespeichert habe keine Ahnung und ich werde es auch so jetzt natürlich nicht mehr hinkriegen so wie das jetzt hier gemacht ist es ist einfach nur ärgerlich ich sehe oben rechts halt einen blauen Punkt ich vermute dass das da irgendwie mit zusammenhängt ich kann da aber nichts machen es kommt kein Text kein gar nichts ich werde das ganze dann nochmal neu starten ja und wie ihr sehen könnt ich hatte ja zum Glück zumindest nochmal zwischengespeichert nachdem ich den Bereiche gemacht hatte aber ich muss den ganzen Bereich mit diesen riesigen Fernseher nochmal neu machen ich bin absolut begeistert in Klammern nicht und gerade ein bisschen sauer auf das Spiel ehrlich gesagt ich habe auch keine Ahnung warum diese Bugs da drin sind ja ich werde das ganze nochmal machen und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen mal ob ich dann wieder hängen bleibe oder ob es dann eventuell weitergeht übrigens hier nochmal der Hinweis für alle die sich das gleiche gefragt haben wie ich hier steht drin Wasser ist bereits Süßwasser und trotzdem sind mir zwei von denen weggestorben weil ich kein Süßwasser drin hatte wollte ich nur nochmal eben erwähnt haben so ich habe jetzt nochmal gespeichert und ja ich kann jetzt wirklich nur hoffen dass das jetzt soweit funktioniert wenn ich da drauf drücke ich tue das mal aus dem Bereich vor sich selber auch noch raus und ich mache mal ein anderes Bild ich glaube zwar nicht dass das irgendwas damit zu tun hat aber ich mache trotzdem nochmal zusätzlich ein anderes Bild damit das ein bisschen schöner aussieht vielleicht und ja das ist halt die hervorgehobene Kamera aber es gibt keine andere so wie ich das hier sehe und wir probieren es dann nochmal aus oh sehr schön ich lade sie alle vor die Fernsehgeräte ein um einen neuen Überblick über die heutigen Nachrichten zu erhalten zuvor möchte ich aber noch einen hervorragenden Aquarianer gratulieren der unser TV-Studio verändert hat ich empfehle seine neu eröffnete Aquarien-Ausstellung zu besuchen oder sich in sein Aquarien-Geschäft einzudecken der Tintenfisch hinter mir platziert in einem speziell präparierten Aquarium in Form eines Fernsehbildschirms ist der Höhepunkt eines Meisterwerks das finde ich gelinde gesagt auch übrigens wie ihr sehen könnt ich habe da noch einen Anker reingemacht also ein bisschen fein ach ich habe den Hintergrund vergessen ah ich doof ich doofkopp ich doofkopp schade es wäre natürlich geil gewesen wenn der jetzt noch mit drauf gewesen wäre kehren sie zum Klient zurück unterhalten sie ihre Belohnung Moment Moment bevor hier nachher doch noch irgendetwas passiert drücken wir hier nochmal ganz schnell auf speichern so sehr schön Belohnungen vielen Dank für die Erledigung der Aufgabe es ist viel besser geworden als ich dachte und den Zuschauern hat es auch sehr gut gefallen die Zuschauerzahlen des Programms sprangen in die Höhe und die Show die wir mit diesen Aquarien gemacht haben steht in den Zeitungen für diese Arbeit verdienen sie eine angemessene oh alter wie viel hatte ich vorher ich muss mir das nochmal angucken auf der Aufnahme ich habe jetzt über 20.000 da bricht meine Stimme hier schon ab ach so hier unten steht es doch ich bin ja auch doof ich habe 7.200 verdient ich weiß gar nicht wie viel ich ausgegeben habe ehrlich gesagt ist das so viel was ich verdient habe oder ist das jetzt nur ein geringer Betrag wir haben drei verschiedene Tintenfische dazu bekommen wir haben zwei verschiedene Mandarinen Fische dazu bekommen ach so stimmt die waren in diesen eckigen Becken drin genauso wie dieser Kupferband Falterfisch den haben wir auch bekommen neuen Stein der ist sehr sehr gut weil da können die Fische nämlich reinschwimmen ein alter Steinkopf die finde ich immer schön als Dekoration solche Sachen mystische Koralle die sieht auch cool aus also wir kriegen jedes Mal coole Sachen sagen wir es mal so TV Präsenter eine neue Errungenschaft klicken sie auf die Tür um zur Ausstellung zurückzukehren sehr sehr geil ja und da haben wir auch direkt den nächsten Auftrag ich mache jetzt mal eben ganz schnell auf Pause weil sonst schaffen wir das alles nicht mehr ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen ich hoffe ich kann das ganze vielleicht noch ein bisschen kürzen so dass die Folge nicht so lange ist weil es insgesamt doch sehr lang geworden ist dann auch durch den Bug weil sich dann ja nichts mehr weil nichts mehr gegangen ist und ja ich habe sämtliche Tasten gedrückt gar nichts hat funktioniert und wie wir ja gesehen haben eigentlich hätte unten dieser Text aufgehen sollen und oben irgendein Hinweis stehen sollen und beides kam halt eben nicht daran hat es gelegen zum Glück hatte ich noch vor dem zweiten Aquarium abgespeichert ihr solltet das auf jeden Fall tun wenn ihr es selber spielt speichert immer wieder zwischendurch ab spätestens wenn ihr ein neues Aquarium macht und ja ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder wenn wir den anderen Auftrag machen der hier an der Wand hängt bis zur nächsten Folge Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren